hallo und herzlich willkommen bei rettok gamble ich bin natürlich auf die hat nach dem ticket und heute habe ich das spiel perfect world mobile viel spaß ok leute wir müssen jetzt einen charakter erstauern was sind wir erdenwächter geflügelt elf ein mensch oder ein wilder ich denke mal ich nehme ein was sind da ist ja noch gelassen und was das fulpin baba und das ist assassin mensch hat zauberer klingelmeister seelenjäger und der geflügelte elf ist es ist das kleriker und klerik habe ich geliebt damals bogenschütze oder was ist das volkige weg optolist was ist ein optolist und der erdenwächter ist ein klingenseele ich kenne den optolisten nicht deswegen will ich mal dazu tendieren kleriker ist ja sowas wie ein paladin nur mit leichter rüstung so kann ich das von anderen spielen aber ein optolist scheint magier zu sein männlich männlich oder freudig das ist der männliche optolist und mann oder frau männlich oder freundlich und das weibliche die frau da ich im mann bin werde ich im mann spielen von optisch würde ich wahrscheinlich eher die frau normalerweise nehmen hahaha aber ich bin einmal ein gesicht suchen wir uns aus ja mich ist nicht wahr das sieht schon so aus dem koreaner jetzt so meine frisur die ich so gerne hätte ist nicht da war nämlich diese winter frühling die grafik hier ist noch ein bisschen bescheiden das licht ist wahrscheinlich auf dem handy ein bisschen besser ich weiß es nicht frühling grün ok make up auch noch was muss ich denn da machen guck mal jetzt ändert sich schon wieder die haarfarbe ok die haarfarbe kann ich ändern ok die misuren sehen so alle würde ich sagen ein bisschen koreanisch aus das war so weiter wir heißen ich bin doch kein red dog bestätigen warten 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 gibt es den namen schon oder nicht es gibt es dich wir können bis gleich und doch sind wir auch schon wieder überspringen das ganze das habe ich doch schon mal alles gespielt warum habe ich kein account was soll ich jetzt drücke den aoe flächenschaden ein buff und jetzt so ist der erste Bauern Sprengen okay Das ist ein Schiff mit Fliegen. Das ist ein Schiff mit Fliegen. Ah, Autofahrt gibt es hier auch. Luftkämpfe. Gibt es hier auch einen Autokampf. Es ruckelt ein bisschen. Okay, da geht mir das down. Ja, ja, ja. Perfekt Wort bei Ed. Überspringen wir das Ganze auch. Geständigen. 3D ist empfehlenswert. Machen wir 3D. Standard. Bestätigen. Mal gemacht. Also ich muss da hinlaufen. Zack. Weiter. 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 Okay, das ist richtig. Genau. Gut, das alles auf deutsches. Oh, der schießt auch alleine. Das ist sehr, sehr angenehm für mich. Dann kann ich ja jetzt schlafen gehen. Macht er auch alles alleine? Überspringen? Ne, der macht nur die Quest alleine. Schade. Und wenn du die Quest alleine mal vorst. Schade. Überspringen. Und wenn du die Plan auf dem Wegaku ejecut. Und wenn du sie verdient. Komme dich weg! Dann habe ich hier auf die Welt. Und wenn du sie direkt so entfernen, Ja. Wann mal drauf gedrückt? Macht er jetzt alles allein? Gibt das auch allein weiter oder? Was hast du hier gesagt? Check, Test, Test, Check. Drei, zwei, eins. Jo, da geht auch allein weiter. Also das macht er alles alleine. Wow. Jetzt kommt das Reiten. Geht das auch allein weiter? Acht, sieben, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ne, wirklich, die Quest muss man immer selber annehmen. Und danach macht eigentlich alles allein. Excellent. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Links, rechts. Excellent. 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 Ich glaube nicht, dass das erst mal gespielt hat, hatte ich einen Fehler gemacht. Aber es hat auch geklappt. Füttern wir das Pferd. Okay. Okay. Ja. Ich hab wieder auf ein A-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Ded. Oh, Kratzspuren. Überspringlich. Überspring. Allein, allein. Ich habe es! Wir haben es! Den hat niemand besinken, nur ich. Das hängt nur auf mich gewartet. Und das schöne bei dem Spiel ist, man hat individuelle Charaktereinstellungen. Also jeder kann seinen Charakter selber einstellen. Grafik ist eigentlich auch ganz gut. Allerdings ist es ein bisschen lecky. Ein Stift. Halt dich zurück. Weg zurück. Das war der erste Sprung. Guck mal, jetzt habe ich ein Pferd. Ich kann fliegen. Wofür brauche ich eigentlich ein Pferd, wenn ich fliegen kann? Hm. Vielleicht gibt es ja hier bei dem Spiel auch so Sachen, wo man nicht fliegen kann. Naja, egal. Da brauche ich meinen Zauberfinger um alles. Ich bin schon Level 5, sehe ich gerade. Alter Verwalter. Zauberfinger. Ja. Wah. Haben wir. Genau. Sind wir. Haben wir. Du auch. Viel Spaß. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. SDW Älteste. Älteste, auch älteste. Hm. Ok, bin ich jetzt hier von der Insel runter und dann würde ich mal sagen, dann beende ich das Spiel. Und raus. So, dann würde ich das jetzt zu Ende landen lassen. Einmal kurz googeln und dann bin ich weg. Ich habe schon genug hier. Ich glaube, 5 GB runtergeladen, damit das Spiel geht. Schauen wir uns das Video an. Und das schauen wir uns auch noch gleich hinterher an. Ach, Sandstuhl. So stimmt es hier doch gar nicht aus. Ist das ein Esel oder ist das ein Trommel da? Giraffe. Warum sie hier denn da sind? Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. ok aber ich verzeihe das war es jetzt erstmal für heute ich beende das spiel und dann will ich mal sagen danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr mal nicht mehr dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen und jetzt noch schnell das ticket einpflanzen einpflanzen abholen ja 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 ja